Meine Haare füllen sich auch mal toll an. Nice. Palace. Shit. Wirklich. Ja, bist du dumm? Das wäre eine selbstbeantwortende Frage. Ha ha ha. Suck it, Cunt. Ich mach nur, ich hab mein Leben zum Leben. Das war jetzt auch ein Witz, oder? Da guck ich mir das so richtig geil an. Verkopf. Ich glaub, Geld wird sterben. Alter, wer werf grad an der Wand Flashes? Ich werd jetzt schon dreimal geflasht. Viermal. Fünfmal geflasht. Hab ihn. Fünfmal. 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 Ich habe mehrere Flashbacks. Fünfmal. Fünfmal. Ich zeig dir vor, deine Mutter wird noch leden. Oh, no, 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 no. Cod've fun, right? But it gone wrong. Wirklich. I kissed a girl. Try to approach. And I liked it. Wenn mein Bruder zu sieht, ich habe das nicht gesagt, das tut mir leid. Wie das für ihn geklungen haben muss. Wann ist die Remia's Winston? Ja, bitte. Hat man es gehört? Bitte sag, das war bestens. Oh, stinkt das. Oh, das stinkt so sehr. Oh, ja. Tief inladiert. Schön, tief inladiert. Ich bin der Bastion. Ich habe einen bei Double Dose beschädigt. Ja, du schau mal da, ich schau. Ich bin gelandet. Schon wieder. Erinnert mich daran, wie ich gestern fünfmal hintereinander geflasht wurde. Verkauf. So, ich werde jetzt mal kurz auf mit erschossen. Das ist gleich. I'm calling in my skin. Oh! 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 Oh mein Gott. Ich hab' gerade gesagt, kam ich in die Distanz jetzt gesnipert. 3 HP. Ich hatte eben noch 18. Moment. So. Jetzt muss ich traurig sein. Uh! Oh! Ah, f**k. Hat sich revansiert. Ich hätt' alles auf eine Karte. Wir sind hier beim Poker. Welchen Appi hast du? Wow. Dann guck einfach Window rein. Guck Window rein. Also, läuft! Das war eine gute Idee, Daniel. Anton, bitte stirb' nicht. Äh. De 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 he de 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 De. Er ist hinter dir. Nicht drunter springen. Wie hast du das erlebt? 5 stopped 1 1,4 dollars. 5,4 dollars. 5,4 dollars. Hey man, Mom. Alles auf! Alles auf! GG! Die Teile sind lang genau geschaulich! Jetzt wurde es kröken müssen. What? Du bist nicht Sans, auch wenn du fett bist, du bist ganz fette Skelett, du bist nur fett Lass uns alle ne Party am Spawn machen Verkauf, was glaubst du was das ist? Was glaubst du was das ist? Fizz Fizz Können wir mal kurz ne Auszeit machen? Nein Oh Jungs Green Boys Wenn jemand nach ne Auszeit macht, macht man's halt Ja 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 Kion Was? 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 Irgendwie dumm Nein, das hast du nicht gemacht Du bist so ein Arschloch Ja Ja Leon war die Decoy Nein Hehehe Dieser Pott ist so doof Hehehe Hä? Was für ne Strafzeit? Zu viele Teamkameraden rausgeworfen Ich hab nicht m- ich hab Ich hab auch Du bist hier Hehehe 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 Das sind zwei, wir haben Hehehe 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 Warte mal Keine Papi Oh mein Ping Gut so Martin Ich find's schon wie er aufpasst Ich find's einfach echt schon wie er aufpasst Das war so- das ist doch so traurig Hat immer gesehen was ich grad gemacht hab Nein Well, I hit you at least once Yes, one time He said Komm her Komm her Hehehe I give her While Wait I c- I can wait I can wait I can wait Ok I can wait Ok You just saw me bitch just please fuck off I don't want you anymore Now I'm gonna flee because he's taking me I don't wanna die What the fuck was that? Okay My pee and my lungs don't reach out And the water ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk